Noch zur Seite weg. Pechi, du hast nur gesagt, nicht quatschen, handeln und das habe ich gemacht. Alles gut. Ja, aber ich kenne das. Ich wollte ihm gerade was spenden, Alter, jetzt geht er hier auf die Letzte. Muss ich warten. Ich wollte es vorhin auch machen. So war es sich bei mir. Nix. Ja, danke. Weiß ich. Redes weiter. Nö, alles gut. Ja, dann geh ich halt wieder. Tschüss, schönen Tag nochmal. Ja, tschüss. Wir machen jetzt nicht mehr alleine. Ja, gut. Ich klicke halt ab und zu mal das halt. Road Rack. Aber es ist angenehm gerade, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. So, vom Chat her. Ja. Wenn die fragen alle ihre Drops ab, die Verrückten. Boah, was ist da los, Alter? Dream Maker, du Drecksau, Alter. 5 Euro! Ist dies... Jetzt, warte auf, jetzt kommt bestimmt vom Busenwundermarie. Kannst du nicht ihn anrufen? Nein, Fred kann er nicht anrufen, da, äh, Dream Maker so ein Schädel hat, erstens. Zweitens, Fred noch pennt. Nein, ähm, Fred macht grad ein Video. Drittens, äh, der Dream Maker hat so ein Schädel. Und, ähm, viertens, Fred muss da nochmal eine Folge aufnehmen. Und fünftens, der Dreamy hat wirklich, ohne Scheiß, so ein Schädel. Also, wirklich. Ja. Er hat wirklich so ein Schädel. Und außerdem ist der Dreamy gerade hier im TS und der kann gar nicht raus. Weil, wenn der jetzt rausgeht, dann fällt es ja auf, dass er ihn, äh, schreibt oder anruft oder irgendwie. Weißt du? Der, der hat mich heute morgen irgendwie um, um halb neun angerufen. Ey, er ist nur mal ein Erdbeben 4 für mich. Ich so, Alter, ich hab den auf 1, 2. Was ist los mit dir? Haha. Leute, Malle. Für Mare, ich muss lauter machen. Leute, jetzt machen wir Party hier. Oh, nein. Warte, 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 warte. Oh, scheiße. Nein, was ist los? Oh, nein. So, Leute, jetzt mal. Hashtag, Hashtag Party. Komm, Hashtag Party. Alle mal Hashtag Party spabben hier. Party. Party. Ich mach mit. Oh, Pippi. Was? Nein, flieg Pippi. Party. Was? Nur mal die Donate. Hört's auf jetzt. Techi, nur mal 5 Euro. Kackesau. Boah, Techi, du bist doch wahnsinnig. 15 Euro heute, Techi. Was? Nicht Hashtag Pippi. Hashtag Party. Malle. Pippi Party. Malle. 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 Wir fliegen nach Malle. Himmelstor, auch nochmal 5 Euro. Du, was ist mein Haus denn? Kann ich nur so machen, Ralle. Schau, sieh da. Seidens, ey. Ihr seid so krank, Alter. Ihr seid so krank. Ich geh heim. Ich hab kein Mumpen mehr. Ralle, du bist zu Hause. Ich, 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 ich geh ins Bett. Alex. 20 Euro bist du gehindert, Alter. Ne. Ernst? Jetzt drehen sie alle durch, oder? Jetzt geht's los hier. Alex, ohne Scheiß, Alter. Ihr seid zwei, ihr seid alle so krank. Ihr seid jetzt nicht mehr normal, Alter. Habt ihr das abgesprochen, oder? Das geht nie. Ihr seid jetzt nicht mehr ganz sauber. Jetzt drehen sie doch. Mare, die drehen doch. Die sind komplett weg jetzt. Was ist los mit euch? Alex, vielen, vielen Dank an Dream Maker, an Himmels, an alle Leute. Danke. Vielen Dank. Was machst du mit dem Geld? Ich geh jetzt erstmal fett, äh, Red Bull holen, Alter. Nein, mach ich mal. Keine Ahnung. Donate Gold ist übertroffen, ne? Donate Gold ist übertroffen. Machen wir mal jetzt? Machen wir Party? Machst du anders? Stream Maker, nochmal 5 Euro, Alter. Wisch das wegen, Alter. Da, da, man hört die Musik gar nicht mehr. Man hört ja nur, der, 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 John Cena. Kann nur nur so machen, weißt du? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hör den Stream auf. Wisst ihr? Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Nein! Michael muss übernehmen. Michael muss übernehmen. Michael muss übernehmen. Michael muss übernehmen. Ich kann nicht mehr. Wisst ihr? Fahre! FC Bayern, Tobias, hallo und herzlich willkommen. Ich leg mich jetzt erstmal zurück. Und trink dich zu hören. Ne, trink dich zu hören. Ja komm, hör auf. Bianca, 10 Euro, Alter, komm. Alter. So geil, ey. Habt ihr euch jetzt beruhigt, oder? Hä? Habt ihr euch jetzt echt alle mal beruhigt, oder? Eskalation, Alter. Ich, schau mal. Sogar Interaktivität bin ich jetzt. Ihr seid jetzt immer ganz sauber, Alter. Vielen Dank an alle Leute. Alle. Wirklich. Ohne Scheiß, Alter. Ihr seid jetzt so, ihr seid jetzt so krank, Alter. Ihr seid jetzt so krank. Weiß nicht. Ich darf jeden knutschen hier. Kann nicht mehr. Ne, ich kann nicht mehr. Ohne Scheiß. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ey, Alter. Jetzt erstmal. Hofele, Alter. Ich hab jetzt grad einen Vierenden. Ich weiß nicht. Ich fand's immer den Kanon noch. Er streamt noch 6 Stunden. Ja. Ne, 5. 5? Er hört nicht bei 24 auf. Er macht weiter. Er rundet auf und macht 30. Hammerhart, ne? Ich glaube, er ist gerade ein bisschen Erdpipi in den Augen, oder? Ja. Jetzt hört's auf, Alter. Wenn 100 voll sind, machst du dann noch ein bisschen weiter. So 48er oder 30er. Boah. Krass. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh mein Gott. Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Hallo, entspann dich. Kann nicht mehr. Das geht nicht, Alter. Weißt du, was ich mein? Ich komm hierher, weißt du? Ich mach hier den Stream, weißt du? Dann sag ich so, ja, 50 Euro. Komm, klingt nicht abgehoben. Machen wir nicht 100, machen wir 50, gell? Geht, geht. Nein, komm, Alter. Vielleicht erreichen wir's. Wenn nicht, scheißegal. Weißt du, wir machen das ja... Ich mach's ja für die Leute, ne? Dann... Kommt da gediegen mal so... 8, 9 Euro. Weißt du, hab mir gedacht, okay, ey. 12 Euro cool und so. Weißt du, hab mir gedacht, okay, jetzt passt's, ne? Dann kam der Techie, haut auch nochmal einen Fünfer rauf. Fertig. Dann, Dream Maker muss nochmal einen Fünfer draufsetzen. Okay, geht, ne? Weißt du? Dann nochmal einen Fünfer vom Techie. Geht ja auch noch, weißt du? Dann sind wir so bei 50 Euro. Hab mir gedacht, okay, jetzt passt's. Dann, Bianca, 5 Euro. 10 Euro. Alex, 20 Euro. Ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich... Dann, dann... Himmelstor. Himmelstor auch nochmal. Insgesamt 10 Euro. Ey, Wahnsinn, Alter. Weißt du? Ich kann nicht mehr. Ich bin, ich bin komplett weg. Ich, ich, ich zitter. Leute, ich zitter. Weißt du? Ich glaub's dir. Dream Maker, du bist so ein Arsch, Alter. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Hammer Hade. Genau. Ich mag Züge. D D D D O! Jetzt gehen wir Bus baut, Alter. Du scheinest Zucker, ey. Hammer, Hammer. Lang spiel nur Clash of Clans, ich möchte jetzt nimmer. Wahrscheinlich nur eineinhalb Stunden. Oh, geil, ey. Jetzt habt ihr euch echt erst alle mal beruhigt, oder? Übrigens für alle, die noch im Review drin sind, keine Panik. Keine Panik. Es geht irgendwann weiter. Wie kann man spenden? Hey, willst du jetzt? Hör jetzt auf! Unter dem Stream in der Beschreibung ist so ein Link für dem Ganzen. Wir schaffen die 100 Euro noch. Hau ab. Hau ab. Kannst du please gleich was anderes zocken? Nein! Schau doch mal ab! Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mal einen Stream starten hier. Ich kann nicht mal einen Stream machen, weil hier dauernd irgendwas kommt, ey. Und die machen wir alle fertig. Oder am liebsten ein Headset hinlegen ins Bett. Echt der Hammer, ey. Ins Bett, weißt du? Ins Bett. Und das Problem ist ja, ich weiß ja auch, es gibt ja viele Leute, die modernaten und einfach wieder das Geld zurückziehen. Aber die kranken Leute hier, die ziehen sich ja nicht zurück, weißt du? Um das geht's ja. Ja, die sind komplett krank. Ja, aber wie soll ich das zurück machen, weißt du? Ich kann halt, ich stream halt, weißt du? Aber jetzt reicht's, äh, Dreammaker, jetzt hör auf. Reicht jetzt zurück? Oh, der Schöne heult! Hau doch nicht dein... Jetzt haut dir seinen ganzen Lohn raus. Seinen ganzen Monatslohn. Weißt, haut er jetzt raus. Da sitzt die 100. Flo, danke für deinen Follower. Mama, die haben jetzt noch viel rausgekauft, das ist okay, ne? Mama, ich kann mir kein Auto kaufen, wir haben gerade einen Rallet, 50 Euro, und dann da hinten drin. Hä, was passt das denn, das? Der streamt, okay, warte, hier, zack. 200 Euro, weißt du? Boah, müssen wir abgucken. Nein, hört's auf jetzt, jetzt reicht's wirklich. Leute, jetzt reicht's. Na, 48er kann ich leider nicht machen. Ich mach das einfach so, wisst ihr was? Das bleibt jetzt aber unter uns, das hören die Zuschauer ja nicht. Ich mach das so. Ich mach ja mal, ich hab ja gesagt, ich mach ein 48er, ne? 48 Stunden, ist das so, ja? Sondern mach ich einfach die Donate, mach ich auf 200 Euro, ne? Kriegen wir. Machen wir erst nächsten Monat, besser. Ähm, wie man donatet, wie man spenden kann, unten. Äh, ihr wollt's dann nur den John Cena sehen, oder? Der ist eins drauf alle, hier. Oh, Mare, ey. Der Arme. Ey, jetzt. Mare, was soll ich machen, bitte? Hilf mir. Kann ich mehr. Wenn du meinen Monatslohn bekommst, bekommst du 1800, nein. Ich will gar nicht so viel, hört's mal auf jetzt, hey. Ich sollte natürlich auch ganz, ganz viele liebe Grüße von Fred ausrichten. Danke. Der ist begeistert, dass du ein 24er durchhältst bis jetzt. Ne, ne, der soll aufhören, hey. Der macht mir auch fertig. Weiß nicht, mach weiter so. Mach weiter so, mach weiter so. Immer, mach weiter so, mach weiter so. Aber dass ich hier kurz vor dem Herzinfarkt bin, dass ich kurz vor dem Kollaps bin, dass ich hier, ähm, mein Defibrillator schon an der, am PC angeschlossen habe, dass ich das nur machen kann. Danke für den Follower. Der Kacksnack. Keiner Name. Danke für den Follower. Wirklich, ohne Scheiß. Follower. So. Oh, 46 Zuschauer, Alter. Was? Oh, Alter. 67. 67. Ja, kann nicht mehr. Ist die behindert? Fängt die jetzt an wieder zu saugen, oder was? Saugen! Dreamies, hör auf zu saugen! Sag mal, Fred, einen schönen Gruß von Marie. Ja, schönen Gruß von Busen. Was, 112 ist gewählt? Soll ich auf grün drücken? 1, 1, 2. Also, ne, 112 soll ich auf grün drücken? Ich hab schon gedacht, er will auch was für Nate oder so, keine Ahnung, weiß noch nicht, was im Argen der Heim fällt, Alter. Wir machen ja alle fertig. Ich kann nicht mehr. Ich fang's plan an. Karua. Das wird es gewählt. Karua, du. TV, danke für deinen Follower. Ey. So. Jetzt haben sie sich die Gemüter beruhigt, ne? Jetzt können wir mal eine geliegene Bass-Review machen, oder? Kann man das machen? Schaffen wir das? Schaffen wir... Danke für den Follower. Er muss natürlich... Du musst natürlich wieder... I-D-V... Sorry, dein Name kann ich irgendwie nicht aussprechen, aber danke für deinen Follower. Aber du musst natürlich wieder aus der Reihe tanzen, ne? Ich sag, können wir hier mal in Ruhe eine schöne Bass-Review machen? Nein, er muss gleich einen Follower drücken. Kann aber nicht warten. Jetzt, ah, hier. Tobi Dest, bist du doch da? Oder bist du nicht mehr da? Grüß den Fried mal von mir. Ja. Grüße vom ganzen Chat von Mario und Rade TV. So. Jetzt 100 Euro, oder nein? Und dann geh ins Krankenhaus. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ehrlich. Nein, die nehm ich nicht an. Die nehm ich nicht an. Hardcore. Danke. Ich weiß, ich weiß, nein, nein, das geht nicht. Ich kann das nicht. Das, 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 das muss der Mare dann machen. Dann bin ich, dann bin ich zu fertig. Ich bin dann, ne, geht nicht, ey. Wer ist Fred? Kennst du Mr. Mobile Fanboy, mein Freund? Warte kurz, jetzt soll ich auch noch warten. Ich stehe hier kurz vor dem Kollaps hier. So, so bin ich. Zittrig, ne? Leute, echt, macht's mich fertig. Hey, kann man den Schnee nicht irgendwie ausschalten? Achso, da kann man den Schnee ausschalten. Ich heiße Daniel, okay, Daniel. Daniel YouTube, ja, mit dem I davor ist es halt irritierend wahrscheinlich, ne? Ja, Daniel YouTube hat davon eine Alkale geklaut. 105 Euro. Und wir haben gesagt, wir wollen 50 Euro haben, ne? Und der kippt um, ja, ne. Warte, ich würde 50 Euro finden, wenn ich dafür Zeit hätte oder so. Was? Morgen oder so. Nein, hör auf jetzt. Was, Reus, was hat der Reus wieder? Da, Mr. Mobile Fanboy hat wieder einen Punkt zwischen. Punkt, Leerzeichen. Da ist er doch, die Server. Danke. Hört auf zu schreiben im Chat, danke. Mein Gott, Wolfi. Musst du wieder aus der Reihe tanzen? Ihr wisst schon, ich bin total verkrampft jetzt. Jetzt erstmal, ich glaube, ich gebe mir den 100 Euro erstmal gediegen, mich massieren. Hört's auf jetzt. Ficky was? Ficky fucking Fruchteis? Funky fake fake. Hat 100 Euro gespendet. Bäh. Bäh. Du, es war, he. Ähm, ne. Nerva, Mare. Ich kann nicht im Stream. Sorry, Digga. Ne, hau ich wieder. Mach das wieder weg. Keine Fake-Donate. Ja, genau. Dann werden sie sauer. So, und du heißt? und es wird ein Traum dieser Nacht wo 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 wo